Leute, 4-2-4-Formation, neue Formation auch für die Draftset. Probieren wir direkt mal aus mit 4 offensiven Spielern. Also das ist schon nicht verkehrt, würde ich sagen. Stabile Captains. Mostoboy haben wir am Start. Den BD, Hood oder Martinez. Wir gehen mal mit Mostoboy. Erst die Hero-Card, Isla. Lasst gerne ein Like da, Leute. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr mich abonniert habt. Ihr wisst, es kostet los. Abonnieren, Glock aktivieren, täglich einschalten, nicht mehr zu verpassen. Ich hoffe doch, ihr schaltet täglich ein. Und wie immer nicht vergessen, gehen wir auf La Liga oder Serie A, La Liga. Abonnieren, Glock aktivieren, schreibt gerne einen Kommentar. Je mehr Kommentare, desto besser für den Algorithmus, desto besser werden die Videos angezeigt. Deswegen wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wenn ihr alle einen Kommentar da lassen würdet, schreibt alle. Digger, Makano spielt immer noch. Bruder, der Typ ist ja auch schon eine kranke Legende. Bruder, let's go. Immer noch bei Porto. Also, kurzer Sidequest hier mit Makano. Wenn ihr mal Getroo hier möchtet, keine Ahnung, wie wir besser hätten mitnehmen sollen. Ja, also, Kommentar da lassen, Leute. Je mehr Kommentare, desto besser. Schreibt alle gerne in die Kommentare, wen ihr so gezogen habt dieses Jahr bislang. Was war euer bester Spieler, den ihr dies Jahr gezogen habt? Ich bin mal gespannt. Wenn ihr keine Packs seht, schreibt rein, was euer bester Spieler im Draft war, den ihr bislang hattet. Ja, ich bin mal gespannt, Leute. Also, schreibt es gerne rein. Und ich weiß nicht, wen wir mitnehmen. Also, unsere Spieler sind bislang echt schwach, muss ich sagen. Also, könnte mal langsam besser werden. Also, das ist ja echt hier ganz, ganz katastrophal. Süle, libt sich Tempo. Wir haben sich auch gedacht, Süle jetzt richtig abgenommen. Geben die dem mal hier direkt wieder ein bisschen mehr Tempo, so wie das sein muss. Süle, trotzdem immer richtig schnell gewesen, muss ich sagen. Wir nehmen mit, boah, Alter, ich weiß es nicht, ey. Mir gibt es dort hier, 84er Raider, also unser Team ist so hoch, wir sind bislang hier kreuz und quer. Gar nichts passt zusammen, ne? Also, gar nichts passt hier zusammen. Laminja mal, sehr nice. Den Bili auch nice, aber Al-O-Vayran auch nice. Kann Rechtsmittelfeld, Sturm und ZUM spielen, zweite Hero-Card. Ihr wisst, das neue Hero-Rekord hoffentlich incoming. Wir schauen mal, mein Rekord liegt bislang bei vier Heroes. Boah, Campos, nächste Hero-Card läuft bei uns. Das ist auch mal, 87er Raider, auch stabil, ne? Quartro und Alisson natürlich besser, aber wir gehen hier auf Heroes, Leute. Wir gehen hier auf Heroes, das könnte ein neuer Hero-Rekord werden. Wir gucken mal erstmal weiter auf der ZM-Position. Leider kein Hero-Card, aber am Start. Mäselmo und Amiri sollen langsam ein bisschen irgendwie hier auf Chemie gehen, ne? Also, boah. Aber gut, wir nehmen Serie-Marie mit. Ich habe keine Ahnung, auf welche Liga wir hier gehen wollen bei dem Team, ehrlich gesagt. Am besten einfach auf Heroes. Vierter Hero, Leute. Neuer Hero-Rekord incoming. Ich sage es euch, einen Hero noch. Da haben wir hier auf jeden Fall neun Rekords. Komm, direkt den nächsten hinterher, wäre natürlich nice. Wahrscheinlich wird der jetzt schwach, weil zwei gute Spiele hintereinander kommen eigentlich meistens nicht. Kartoto ist sogar ganz nice. High-Rated, Openda auch ne 85, auch nicht verkehrt. Dann Gerasi, auch mit ne 84 nicht verkehrt. Dann nehmen wir natürlich Kartoto mit. Boah, 85er Bewertung nach der Startelf ist eigentlich stabil, ne? Kann man nix gegen sagen. Chemie-Technisch, ja gut. Müssen wir noch dran arbeiten, aber sonst ist es okay. Wir bräuchten irgendwie am besten paar Hero-Partei-Diga mal. Das wäre ganz nice. Sanchez und Rahim Zappacosta. Boah, gute Frage, wen wir jetzt hier mitnehmen. Rahim, würde ich mal sagen. Brian Diaz bringt uns allerdings auch nicht viel hier bislang. Wir brauchen Heroes. Aus Grealish von 85, ne? Hat der letztes Jahr auch 84 Downgrade. Mock haben wir am Start. Wäre gar nicht verkehrt. Gehen wir mal mit. Link nämlich, ähm, Kartoto dach vor dem Sturm. Alles mal hierhin, auch wenn es nichts bringt. Aber sieht nice aus wie PSG-Spieler. Aber da war, hier der Muster wohl bringt uns auch gar nix hier gerade, ne? Kann links-Mittelfeld spielen. Direkt die Geschichte bringt uns gar nix damit. Fältst merkt jetzt gerade erst. Wurde von uns können wir auch nix. Oh, Juke Bellingham und Florian Wirtz. Sehr nice. Wirtz eigentlich auch ZM spielen? Ne, nur links mit dem Feld. Deswegen bringt uns der gar nix. Deswegen gehen wir über Bellingham natürlich. Serie Marikon erstmal raus. Oh, Polischemie würde sehr schwierig werden. Aber, ne, gut. Wir gucken mal. Wir gucken mal weiter. Nächste Hero-Card. Und damit haben wir hier neuen Hero-Rekord am Start, Leute. Casimiro 38. Was hat der letzte Jahr Casimiro? Der letzte Jahr nicht nur eine 88 oder so? Hat der Star-Grab bekommen, ne? Okocha kann Sturm spielen. Das ist schon mal ganz nice. Nehmen wir natürlich auch mit. Damit haben wir auf jeden Fall neuen Hero-Rekords. Mystica-Toto natürlich erstmal raus. Bringt uns jetzt chemietechnisch natürlich erstmal nichts. Unsere Innenverteidigung ist halt, äh, unsere ganze Verteidigung ist halt chemietechnisch komplett, komplett lost. Da brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwie eine Hero-Card. Wäre ganz nice. Äh, wir hätten Voidz. Der müsste auch Innenverteidiger spielen können oder nicht? Bro, der war doch mal Innenverteidiger. Warum kann der nicht Innenverteidiger spielen? Frag mich nicht. Visuma haben wir noch am Start. Könnte ZM spielen. In Naschenberg hätten wir einen Linksparteidiger aus der Bundesliga. Boah, wir nehmen mal einen Naschenberg mit, ne? Dann haben wir wenigstens hier den Link, takt, zu unserer Bayern Innenverteidigerin. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, hier noch irgendwie gute Schmierer auszuholen, weil da wird unsere Parteien halt viel zu schwach chemietechnisch. Also wirklich viel, viel zu schwach. Wir haben Red am Start. Kirby. Nicht ZM spielen, natürlich nicht. Ähm, ja, wir nehmen Kirby trotzdem mit. Ice-Rated-Card. Aber gut, immerhin 5 Heroes, Leute. Vielleicht kriegen wir noch einen 6. Hero. Wer weiß. Full Hero Team incoming, Leute. Ich sag's euch. Äh, Stülga haben wir hier noch am Start. Kann der ZM spielen? Könnt ihr sogar ZM spielen? Wer natürlich Bundesliga, aber gut. Ähm, wir nehmen mal Cloubert mit. Ein gutes Tempo immerhin. Cloubert. Bruder auch ein Megatalent gewesen. Nie so wirklich. Gelegt, kann die Rechtsverteiger spielen. Und Willems dort hier leider nichts. Aber schön gewesen, muss ich zugeben. Nehmen wir mal mit. Trinkt uns natürlich nichts. Aber gut, eine Brunel- und Innenverteiger und ein Rechtsverteiger. Dann könnte das Ganze hier chemietechnisch noch einigermaßen okay werden. Äh, kann einer von denen auch Rechtsverteiger spielen? Genier. Natürlich nicht. Aber Cloubert kann Rechtsverteiger spielen. Cloubert oder wie ausgesprochen wird. Äh, La Liga. Okay. Nehmen wir erstmal mit, würde ich sagen. Ja, und dann schauen wir mal, wen wir gleich als Innenverteiger kriegen. Wärten besser erst den Innenverteiger gemacht. Ähm, aber gut. Wir gucken mal. Wer? Wow, let's. Wow, cool. Bruder, es gibt doch Icons schon. Es gibt schon Icons zu ziehen. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Es gibt Icons. What the fuck, ey. Ich dachte, es gibt keine Icons. Warum kommen die so selten, Alter? Wie krank selten sind denn bitte Icons? Erste Icon. Erste Icon dieses Jahr. Hier, Leute, bei uns. Ich hoffe nicht die letzte. Aber warum sind die denn so krank selten, Alter? Ist ja echt Katastrophe. Wir nehmen Cole natürlich mit. Zack. Egal, ob der chemietechnische hier nicht reinpasst. Aber, pack drauf, Mann. Erste Icon, Alter. Ich glaub's nicht. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass es überhaupt Icons gibt. Äh, jetzt schon zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gedacht. Also, läuft bei uns, Leute. Na gut. Neue Icon-Rekords. Eine Icon ist am Start. Und neue Hero-Rekords. Loll-Ports, Leute. Lasst gern ein Like, was gern haben. Oder Leute, schreibt mal rein, ob ihr schon ein Icon am Start hattet. Äh, wie immer. Schreibt gern rein, was euer bester Spieler war, den ihr dieses Jahr gezogen habt. Oder im Draft natürlich auch eurem besten Spieler. Lasst ein Like da, Abo, Glockaktivität täglich einschalten. Jeden Tag direkt zu einem neuen Video. Seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.